hallo leute schön dass wir eigentlich jetzt eine neue runde grüße der kings 3 mit uns und frankenreich das letzte mal noch gesehen habe war ja hier entwickeln da wollte ich ja zu 40 springen für eine universität also mal gucken wird das auch schön auf 40 bringen kommen die universität und dann schauen was passiert habe ich nämlich bisher auch noch nicht gemacht und die blut hier waren wir noch irgendwann aber das sollte man eigentlich hinbekommen wir sind schon fast wir sind schon auf auf opfer uns vor jetzt mal schauen wir könnten noch ein krieg gegen die umayat führen das wäre noch eine option in des glaubens überhaupt und gold und bündnis aushandeln ein könig war ein schaden sehr schön fraktion geschaffen wert des ehepartners architekt du hast auch architekt okay nur beidesartig architekten ist auch recht und den könig nicht beeinflussen schade sehr schade okay wir haben wieder keine ansprache auf das herz zu tun bekommen sehr schade so was haben wir denn jetzt schon da haben wir schon die beiden ansprüche können doch auf dingens machen da hat glaube ich schon einer von uns in anspruch wenn ich mich recht erinnere könnte noch auf das dingens machen auf byzantinium sehr ganz gut das dauert noch neun jahre würde ich ja glatt lang warten bis man auf alles anspruch man gleichzeitig schon können die twin idee dann machen wir hier auf die hauptstadt und der zeit also müssen so ein bisschen geld sparen würde ich sagen wo mir angreifen wo die richtig viel geld sind aber gerade selber im ein krieg hier oben ok na komm machen wir nochmal eine kleine party dazu mittlerweile äh äh sandegespräch das war diplombildung genau dort schadet ja nicht entzück leidenschaft fürs leben oh schön gefällt mir meinung verbessert sehr gut dürfen wir nicht so oft machen ich jetzt mal wieder fettleibig werden das wollen wir ja nicht so ok kraftschaft kraftschaft stadtlicher mann ist wieder eine baronie geerbt die hier eigentlich behalten ne ne durchsteht ja nichts dagegen würde ich mal behaupten ne 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 しょう ne 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 müsste man nämlich auch noch mal verbessern hier die entwicklung ist ja ganz nett ansonsten wie schaut sie aus 34 ok so ein bisschen geld einhäfen für den nächsten krieg der die kontrolle ist ok ja die truppen erhöhen sich auch schön das schwankt immer recht müssen wir noch ein bisschen ist ok das ganze gerade verbessert ok das passt dann eigentlich ihr partner für den papst alexander schön der andere das ist auch sehr gut das reicht erst mal so das hier drüber der mag uns überhaupt nicht der ostfranke wie kommt das denn wieso bist du an der macht moment ne doch passt ok die schuhe steuern ja ok die sollten wir mal beeinflussen der kann es nicht so leiden so wenn ich das ist ja nun niki ne komm wir haben erst wenn ich hier den krieg erkläre so müssen nicht tugendhelden das ist natürlich nicht so toll greift dich an ist mir auch recht galizien ne die augen wäre auch nicht schlecht die augen da kommt jetzt nicht mal jemand anders mit in den krieg das wäre sehr ungünstig 2000 ok dann reicht das schon wo ist denn unser belagerer da da der geht da hin der geht da hin und du gehst auch noch da hin so hoffen wir dass sich kein anderer anschließt großartig sehr ungünstig und jetzt noch einer mit reinkommt schauen wir mal nur zwischen den kindern sonst erbe diplomatie reingespiel tapfer wäre nicht schlecht wir machen religiöse einfach mehr frömmigkeit das wäre doch auch mal was tapfer meinung von dem was sein besser wäre auch nicht schlecht kommt ja mal an tapfer das ist gut so dann belagert mal dann gerade selber zu kämpfen ne ja aber ganz schön ok schauen wir mal stoppen wir uns das mal ein bisschen jetzt bei dem anfang ok schauen wir mal ob sich das irgendwie noch steigert ja gut dann zieh mir die nehme ich auch gleich sehr schön und muss da hoch bemerkenswerter gast ist eingetroffen erfahrung im kampf oh ja den rekordthema gleich mal sehr schön nach der japan krieg uninteressant so dass immer noch kein anderer reingekommen sehr gut so dann latschen wir da hoch genau moment was ist das will der zu uns nicht wirklich ok könnte aber hier reinlaufen eventuell schauen wir mal wäre jetzt nicht so schön aha schon gewonnen sehr geil 100 hingabe kriegt man ok sie da ein ganzes stück nach vorn geschneilt pause wo haben wir moment jetzt einen anderen krieg an der wange tatsächlich ok so herzogtümerzittel kann man den jetzt schaffen ja tatsächlich ihnen gehören das ja alles einmal dir einmal dir würde ich sagen warum hier jemand ganz neues besser mhm der wäre nicht schlecht vielleicht sollte man jemand mit hoher religion nehmen das wäre vielleicht besser wie wir das besser konvertieren können da der ritter zum beispiel nee der hat schon einen titel ok nee dann lieber nicht der wäre nicht schlecht ein guter durchschnittscharakter oder der titel vergebe einmal das einmal das dann schaffen wir gleich mal das herzogtum und den auch noch geben ja so sehr schön gut jetzt müssen wir jetzt den anderen hier mal raus treiben ich schau mal rein das sollte ja nicht das problem sein normalerweise sogar minus ok ok schon zu Ende geil wenn ich dich geld nochmal wunderbar ist das sehr schön schön verbunden hier so gefällt mir das haben wir da zufällig in anspruch ne ok schade willst du uns vielleicht beitreten ja auch nicht da hat mir gerade den krieg gerade wie schaut es hier aus äh da ist denn so der da hm ist jetzt nicht so toll wenn wir erstmal schnell noch filmbekehren wieder das ist nicht so ein paar likanern das geht mal so gar nicht das dauert auch bloß noch sechs jahre äh dann sollte man vielleicht erstmal hier die restlichen ansprüche machen so jetzt müssen wir mal gucken Königreich das haben wir das haben wir das haben wir Blumen können wir noch genau hier drüben das gehört auch noch dazu machen wir erstmal hier äh ne Moment äh doch so passt ok da kann man noch nichts übernehmen ok in paris sehr schön kommen wir nochmal ein fest mal so schauen wir mal versprochen ist verboten oh ich erhalten druck mir das ist gut das finde ich ganz gut immer so was du bist landlos super das bringt mir ja überhaupt nichts na gut ok ok mhm was zu zahlen hast du bloß ein ok ok der hier leon samora willst du so witzig ist ja woche gut Asturien kann man eigentlich auch weglassen ne wir unterstellen mir die die noch würde ich sagen bei Salvelein so zufrieden ja die Grafschaft willst du noch willst du noch alles ja da kann ich leider nichts machen dazu so wir dürfen jetzt den titel wegnehmen äh titel aber kennen so sollte man nicht zu oft machen so was ok die dürfen leihen so viel schön doch jetzt ein schönes ja würde ich mal sagen so Sybille faszinierendes Thema Freundschaft intime Beziehung äh nee 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 lass mal und ich will hier nochmal Anspannung sehr gut so die Maugen sind nicht mehr so besonders aber das kann mir egal sein Galicien oh könnten wir auch erschaffen die würden das hier den da drüben müsste man ja eigentlich auch fast wegnehmen ne und das da das ist ein Basal von dem das ist schon Blödsinn ah ok interessant habe ich ein Druckmittel gegen dich nee ne Basal entziehen fünf Tyranäu naja das geht da kann ich leben ok so jetzt haben wir nämlich schön zwei Basal zwei einzelne da können wir jetzt nicht noch ein schönes Herzogtum machen so und das wiederum muss ich jetzt einfach ein Ding geben geben wir es dir lässt sich Meinung so jetzt müssen wir das hier dann bloß noch irgendwann entfernen damit es wieder passt Aktion geschaffen muss dann gehen sächsische Populisten so so ah sehr schön oh sickert ich bin immer noch ein bisschen unterrichten so oh der hat sehr gute Werte das gefällt mir richtig das wird ein schöner neuer Herrscher das ist cool so schatzen aus Hälfte auf Tugend hält ist doch schön so wieder Dinge gebaut worden sehr schön kann man eigentlich weiter ausbauen oh ja kann man das so ausbauen ne da brauchen wir die Vorburgen okay Entwicklungszuwachs das sollten wir auf jeden Fall noch steigern gut das sind immer noch zwei Prozent da gibt es da noch mal zwei drauf muss man mal gucken das weiß ich jetzt nicht so genau bauen wir mal aus mehr Frömmigkeit sehr cool da können wir leider nicht weil das den anderen gehört schade könnte man noch ein bisschen die Stadt ausbauen wenn ich das wollte die sind alle von meiner Dynastie okay wo ist denn hier passiert Valencia ist frei geworden könnte mir glatt mal angreifen würde ich sagen schnappen wir uns die noch mal gerade die Gelegenheit dazu haben die Truppen abnieren außen ist ja gar nichts schnell drauf da bevor andere in den Krieg kommen wo es durchaus passieren kann oh ein neuer Verweilungsvorzug sehr schön oh das mit der Tyrannei wäre natürlich ganz nett hier dass die schneller sinkt da können wir da ein bisschen mehr machen beim sortieren er ist gestorben eine Rivale oh das tut mir jetzt aber leid wir sollen mehr Zeit miteinander verbringen ja warum nicht oh der Konrad machen wir sie überhaupt nicht oh da ist anderen Krieg beigedrehen wer war denn das ach nur der okay ne passt 4000 plus das soll ja kein Problem sein geben wir noch ein paar aus zur Sicherheit so das soll reichen einmal mit hier rüber danke dann sollte das abgesichert sein so da hat sich wieder eine Dekatur gewechselt das finde ich ja hervorragend wer denn wieso ist der animistisch schon wieder das habe ich jetzt schon wieder verpasst das geht auch nicht du kannst hier nicht nackt rumlaufen schwaches Druckmittel äh okay oh schon gewonnen okay wunderbar das war ein schneller kurzer Krieg schauen wir doch mal wie man das geben kann oh was kann man hier bauen vermutabler Bann her okay okay vergib mir mal die Titel eigentlich gleich mal das Herzog drüber stellen das den könnten wir auch machen wie würden das alles ah ok ich komisch aufgeteilt okay gut ist aber der ist ja riesig Titel vergeben so Fische wieder ein Titel mehr sehr gut dann war es das für heute wieder mal danke für das Zuschauen wir müssen das nächste Mal dann müsste es eigentlich bald soweit sein müssen wir angreifen fünf Jahre noch okay das sollte ja nicht das Problem sein dann können wir uns glaube ich das ganze Königreich hier unten schnappen schauen wir mal gut bis dahin ciao ciao auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal